Hallo meine geilen Zimtschnecken, willkommen zurück auf diesem Kanal und wieder an einer Kanalvorstellung an diesem Montagmittag. Natürlich nehme ich das ganze einen Tag vorher auf, muss ja sein für mich. Und mir hat wieder eine YouTuberin ihre Erlaubnis gegeben, ihren Kanal vorzustellen. Aber ihr kennt das, jetzt kommen erst mal die typischen paar Fragen, damit ihr ein bisschen ein Bild von diesen YouTuber bzw. YouTuberin habt. Und zu einer kleinen Information, warum ich das hier so vor dem Video mache, also vor dem Kanal, ganz einfach, damit man von diesen Standard-YouTube-Kanal-Vorstellungen abheben kann. Er hat abgehoben gesagt, nee, dass es halt mal ein bisschen was anderes ist, als immer dieses Jahr, man klickt in den Kanal rum und erzählt ein bisschen von YouTuber. Nur so nebenbei, so eine kleine Information. Die Fragen sind natürlich wieder für wie folgt. Erstens, damit ihr es wieder wisst, wie seid ihr auf euren YouTube-Kanal-Namen gekommen? Zweitens, was für ein Ziel oder Zielgruppe verfolgt ihr in YouTube? Drittens, wie seid ihr auf YouTube gekommen? Was hat euch dazu motiviert oder animiert? Und viertens, was ihr vielleicht noch dazu schreiben könnt, ist aber kein Muss, was noch auf euren Kanal so geplant ist. Was noch kommen wird für Projekte? So, und die gute, die mir ihre Erlaubnis vorgestellt hat, die liebe Black Dragon Logistik, BDL, alias Sally oder Selina, hat mir folgendes geantwortet, wie sie auf ihren Namen gekommen ist. Wegen meiner Spedition, weil sie seit, weil sie seit, jetzt seit drei, vier Jahren schon gibt. Also Black Dragon Logistik, BDL oder, ja doch BDL, das heißt die Spedition. So, und ihre Zielgruppe hat sich daran festgekämpft, dass ich daran Spaß habe und gerne mit anderen aufnehme und streamen kann. Dazu speichere ich mir auch etwas ältere Videos, die schon eine Weile es gibt, von älteren auf neu und so weiter und so fort. Und, geplant ist noch vielleicht ein neues Projekt von dem Spiel Sea of Tees mit mir alleine oder anderen Leuten. Okay, da haben wir eine ganz kurze Einführung gehabt. Und ihr merkt schon, sie ist Streamerin. Vielleicht versucht sie sich auch irgendwann nochmal an einem Let's Play, schauen wir mal, oder einem anderen Projekt oder Format, je nachdem. Und dann würde ich mal sagen, dann springen wir auf den Kanal von der lieben Black Dragon Logistik, Sally22. Und da wären wir auf den Kanal von der lieben Sally22 aka Black Dragon Logistik. Und wie man schon sehen kann, 234 Abos, ist schon eine große Zahl, das finde ich super. Und wie man sieht, beschäftigt sich so immer mit verschiedenen Spielen wie Minecraft, Euro Truck Simulator, dann habe ich auch schon mal Payday gesehen. Also wer nicht weiß, was Payday ist, da spielst du halt eine, ja eine gute, professionelle Banditengruppe, die in Banken einbricht und so weiter. Aber das ist immer gleich. Also, was ich hier sehe, das gehört eigentlich nicht mehr rein, das kann man schon da lassen, ist keine Frage. Aber eigentlich ist das gar nicht hier nötig. Ansonsten, wenn du halt verschiedene Streams hast, würde ich so verschiedene Kategorien machen, wie Minecraft, Euro Truck Simulator, Payday und so weiter und so fort. Und ihr wisst ja, Henry Ford. Und dann schauen wir mal auf Playlisten, beziehungsweise Videos, oder wohl Playlisten ist auch keine so schlechte Idee. Man sieht halt nur ihre Probehörern, Favoriten und ihre Musikgeschmack. Was ich hier noch mache, Täter an deiner Stelle, Sally, für jedes Streamart, wenn es Minecraft ist, wenn es Euro Truck Simulator ist, wenn es ein anderes Spiel ist, haut Playlisten rein. Weil so können die Leute besser nachgucken, bei welchem Stream sie was sehen wollen oder anschauen wollen, als hier so ein Durcheinander. Weil da müssten sie ja jeden Euro Truck Simulator Stream anklicken, jeden Minecraft Stream, jeden Payday Stream, Rocket League Stream und so weiter. Das ist dann, wenn man es dann in Playlisten macht, ist das viel übersichtlicher. So, wir werden jetzt mal in zwei Streams ganz kurz mal reingucken. Ich werde aber auch ein bisschen vorspulen, damit man auch was von der Action sieht. Da würde ich mal sagen, mach mal Musik aus. Wir gehen nur in zwei Streams rein. Ich würde einfach mal sagen, hier in den Livestream mit euch, mit dem hier, zack. Ich habe es ihm vorspielen, wie gesagt. Ha, komisch, ich kriege hier kein Bild rein. Das ist, ja. Doch, nix gewesen. Ja, automatisches Intro. Das war jetzt ein kleiner Fail, wie es so sieht. Sag man da jetzt nichts, wenn ich jetzt auf das hier draufklicke. Wie gesagt, ich spiele jetzt ein bisschen vor. Ja, wenn man was zeigen will, will das Internet so, oder wie? Wie gesagt, ich spiele jetzt nicht mal. Okay. Wie gesagt, ich spiele jetzt nicht. So, dann gucken wir mal zum nächsten. Das war jetzt Counter-Strike. Ich liebe diese automatisierte Videos nicht. Schauen wir mal in Let's Play Minecraft mit Funnyville. Na, wird das heute noch was? Na Leute, herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge. Gasse und heute ist der Raptor Place dabei. Der, der ist ja gar nicht. Spaß. Hi. Ja, wie auch immer. Ähm, Baum. Baum. Baumschul. Was war das? Keine Ahnung. So, ich schaue mal in verschiedenen Videos. Das mache ich mal ihr zuliebe. So, gucken wir mal hier. Heute geht es ein bisschen chaotisch vor. Habe ich das Gefühl? Nee, Spaß. Da, da mal Payden. Da könnt ihr mal euch kurz einen Blick davon machen. Ja, jetzt kommt es mal Rocket League wahrscheinlich. Also, an der Audio-Qualität müsste man noch ein bisschen üben, wenn es streamen wieder anfängt. Du bist mich ein bisschen leiser, äh, wenn du sprichst. So, wir machen es heute mal ganz kurz und knapp. Also, wie ihr seht, die Streams nachzuholen, anzuschauen, lohnt sich auf jeden Fall. Sie wird bestimmt auch noch, äh, mal Bescheid sagen, wann sie das nächste Mal streamt. In ein Video oder in einen Stream oder, ja, irgendwie wird sie euch da schon erreichen, denke ich. So, dann schauen wir mal auf Diskussionen. Hab dich noch, oder gibt es dich noch? Okay. Dann machen wir es mal auch. Da kriegt es sich ein etwas aktuellen Eintrag. Liebe Grüße, ich bin aus vom Vogel. So, zack. Komm, dann machen wir gleich das so und dann so. Also, alle live und eher abonniert. Sie hat den Kanal am 8.02.2014 erstellt und hat schon 6.957 Aufrufe. Moin Leute und willkommen zu meinem Kanal. Hier findest du viele neue Spiele und neue Videos. Ich hoffe, ihr werdet mit meinem Kanal zufrieden sein. Also, gespannt, also, seid also gespannt und seid fleißig beim Abonnieren und zu liken. Dazu auch Kommentare könnt ihr mir geben. Also, viel Spaß auf meinem Kanal. Mit fremdlichen Grüßen. YouTuberin Sally. Hier das Ganze nochmal auf Englisch. Und natürlich werde ich hier ein Instagram-Account verlinken. Aber das alles beide lasse ich mal sein. Aber ich glaube, Instagram reicht vollkommen aus. Vielleicht jetzt auch irgendwann mal Facebook und so. Schauen wir mal. Und Fazit von deinem Kanal, liebe Sally. Ich finde, du gibst dir sehr viel Mühe. Hast sehr viel Spaß am Zocken. Das merkt man. Wie gesagt, wenn du Thumbnails brauchst, mich einfach fragen. Oder vielleicht will sich jemand anders zur Verfügung stellen, ihr Thumbnails zu machen. Und wie gesagt, bei deiner Audio vielleicht schauen, dass du es noch so gescheit einstellst, dass man dich auch klar und deutlich hört. Ansonsten top. Schöne Qualität. Und wenn ihr auch vorgestellt werden wollt von mir, ganz einfach in die Kommentare schreiben. Die Fragen sich nochmal anhören zu den jeweiligen, wie seid ihr auf euren YouTube-Namen gekommen? Was für eine Zielgruppe verfolgt ihr? Wie seid ihr zu YouTube gekommen? Was hat euch dazu motiviert? Und was ist noch so geplant auf eurem Kanal? Einfach das schriftlich unter dem Video schreiben oder mir persönlich via Stream oder unter dem YouTube-Video, wie gesagt. Und dann sage ich mal an dieser Stelle, Dankeschön fürs Zuschauen. Abonnieren lohnt sich für uns beide. Auf uns beide drauf. Und dann sage ich mal, ciao, ciao mit V. Euer Holy Diver. Tschüss.